Fresh ASMR zurück und damit herzlich willkommen zu einem Video hier auf diesem Kanal, heute wieder zu GTA 5 Softspoken, ich geb mir mein bestes beim Softspoken, es ist echt nicht einfach, aber man wird besser und sk 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 sk, ich geb mein bestes. Na ja, wir spielen jetzt Michael, richtig? Ich glaube ja, so heißt er. Hier habe ich das Gefühl, die Grafik ist gerade beschwissen. Ah naja, die sieht so anders aus, so schlecht. Oh ja, rennen wir mal mal nach da hinten. Und gucken. Fahren wir zu meinem Haus, würde ich sagen. Hier auf Audi angelehnt. Fahren wir hier, oh, fahren wir hier mal um die Ecke lang. Geben wir mal nicht auf den Tag. Es ist schon lustig, die Voice Lines von den ganzen, ich freue mich schon auf Trevor, wenn ich den endlich mal spielen kann, denn den finde ich irgendwie glaube ich am coolsten von den dreien. Ich mag alle drei, aber am coolsten finde ich es glaube ich Trevor. Oh, was war das denn gerade von mir? Ganz, ganz schlecht gefahren, ganz schlecht gefahren. Was macht ihr denn da? Das gibt's doch nicht. was machen wir? Ganz oh mit? Hm. Ich hab's gesagt, Hi. Oh, NYU. Okay, ich würde sagen, wir packen mal die Waffe weg. Das ist, glaube ich, jetzt hier nicht so passend. Wir gehen erstmal hier ins Haus rein. So, I'm back. So, I'm back. So, I'm back. So, ich muss kurz schauen bei den Einstellungen. Okay, Musik. Ist aber eigentlich aus. Okay, dann dürfte das wahrscheinlich benutzbar sein. Okay, da kommt Franklin. Ich finde auch dir lustig. Okay. 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 Was? Michael ist schon Rentner? Der ist doch gefühlt erst 20. Ne, das jetzt nicht, aber 40 Rentner? Trevor-Rentner, das verstehe ich. Aber naja. Jetzt habe ich sie übersprungen. Das war's ja komplett. Jimmy. Na toll. Was haben sie denn da wieder gemacht? Okay, wir steigen hier mal zurück ein. Warten wir noch auf Franklin. Und fahren jetzt mal los. Damit kann man auch so schöne Zeitlupe machen mit dem Radiosender. Ah, bruh. Ganz schlecht gefahren. Schuss. 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 Online. Das mache ich so schlimm. Ich fahr hier echt schlecht. Hab mal Privatspur. Mal kurz auf dem Streifen. Hier ein bisschen langfahren auf dem Gras. Streifen. Okay, wir sind jetzt gleich da. Oh, nee. Bring Franklin nah an die Yacht. Okay. Oh, oh. Wie fahren die denn mit meiner Yacht hier lang? Was machen die denn? Das gibt's doch nicht. Alter. Was geht denn mit denen ab? Alter. Yeah, let's do this. Hä? Wie fahren die denn hier bitte? Wie fahren die denn hier bitte? Was geht denn mit denen ab? Hey, ich bin doch los dran. Alter. Was geht denn ab? Aber jetzt hab ich ihn. Oh Franklin, oh no. Fuck. Oh yeah, da ist jemand. Nice. Oh fuck, mein Auto qualmt schon. Nicht gut, nicht gut. Shit, mein Motor. Hey, das muss ich mal ganz kurz am PC machen. Haha. Haha. Sk, sk, sk. Oh what the fuck. Oh what the fuck he did up. Sk, sk, sk. Sk, sk, sk. Hold on Jimmy, Daddy's coming. I'll get under you as soon as I can. Ah, it's fishing. Come on, suck. Give me a second, Jim. I'm slipping. Okay, let's go. We have him. Sk. Don't dab me you little shit. You better hope she's still seaworthy. Sk, 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 sk. Äh, was geht denn hier ab? Sk, sk, sk. Sk, sk. 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 Fuck. Sk. Fuck. Fuck. Sp. Jetzt müssen wir wieder dahin zurückfahren. Sk-sk. Sk-sk-sk-sk-sk. Mein Boot. Mein Boot. Sk-sk. Sk-sk. Wie fahren die denn hier alle? mit meinem Boot auf dem Horizont. Das ist alles, was ich sehen kann. Was für die... Das ist alles, was ich sehen kann. Frankl, mach mir ein Favorit, gib ihm das Kind nach Hause nach Hause, nachdem sie das Ding fixieren. Ich will den Weg in Frieden. Oh, großartig! Bleib mir mit dem... Bleib mir mit dem Home Invader. Ich werde es getan, dog, kein Problem. Dad? Enough, okay? Enough! Genau. Das ist auch eins meiner Lieblings-Losantos, und da fahre ich auch ganz gerne hin. Losantos Customs. Das mag ich. Ich weiß, dass sie nicht zu viele Piratungen auf der Great-Ocean-Freiwein bekommen haben. Fuck. Ich liebe die Arbeit. Hey, so du, äh... Du musst jadern? Nicht mehr. Nein, ich weiß nicht. Before, ich meine, Mann. Nein, nein, nicht wirklich. Diese kleine Scheine bleibt in dieser Raum all day, und ich habe keine anderen Leute mit mir. Ich liebe es zu sehen. Siehst du? Ja. Ich komme nach der Marina, sitze auf der Dock, und schaue mich an sie. Jacqueline. Es hat mich in meinem Kopf gescheitert. Du weißt, lass mich träumen. Jacqueline, hm? Vielleicht musst du ein anderes Schiff machen, um deine Zeit zu fühlen. Träme andere Träume, Mann. Ja, sicher. Alles klar. Alles klar. Ich bin die Strecke hier schon so oft gefahren, aber noch nie so langsam. Ich bin großartig seit deinem Haus, mit diesem Mann. Es ist gut, Mann. Du gehst dein Haar, ne? Okay. Warte, danke für heute. Ich bin verstanden. Ich bin wieder nach Hause, wir sprechen. Du siehst? So, Mann. Hey, sorry, wir haben das Auto bekommen, Mann. Ja. Komm, Mann. Wir holen den Schwimm, Mann. Der Sohn hat aber wenig Respekt. Was? Lass das Auto reparieren. Okay. Den mal reparieren. Chrom? Nee. Ich bin hier für so ein metalliges, vielleicht ein schönes Grün. Nee, das sieht kack aus. Nee. Auch keins, glaub ich. Okay, wir sind jetzt zu Michaels Haus. Oh, das Auto hat aber ganz schlechte Traktion. Schlechte Traktion. Ich sehe dich an der Knie, und jemand stealt meine Wipp. Und Pop ist all like, er hat da da zu reden mit ihr, aber er hat sich schon so. Ihr Pop macht mehr als zu reden. Was er macht? Oh, Mann. Wenn er dich nicht erzählen, dann werde ich dir sagen. Aber ich habe nicht meine fucking Arbeit, und dachte ich, er könnte mir helfen, ein neues Mal. Mann, mein Vater ist jetzt immer wieder, wie, der Bully? Wie, seine einzige Markable Skills sind die TV- und der Tag-drehen. Mann, ich weiß nicht, Homie. Er sieht vielleicht gut wie mir. Der Hörgermeier hat es. Das Auto da will ich haben eigentlich ganz gerne, darf ich aber nicht. Sieht schon schön aus wie ein Dodge Charger. Oh man. Die fahren aber auch schlecht hier. Ja. Okay. Ich fahre wie der letzte. Geht hier online kann ich ganz gut fahren. Ja. Ja. Wir haben bestanden. So. Dann hoffe ich hat das Video gefallen. Und das sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ja. 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 Ja.